Guten Tag, Freunde, was geht da? Willkommen zur Spieltagsvorschau des 30. Spieltags. Erstmal natürlich ungewohnte Videoqualität, kein Layout und so weiter. Ich nehme das Ganze wieder unterwegs auf, ja, im Auto. Ich denke, audiomäßig sollte es trotzdem einigermaßen gut passen. Ja, für alle das Format noch nicht kennen, erstmal Shame on You. Das Format kam jetzt schon ein paar Mal in der Saison für die neuen Manager. Prinzipiell geht es einfach nur darum, was unterscheidet das Ganze von der Bundesliga-Preview. Denn auch in der Bundesliga-Preview rede ich ja quasi auch über die einzelnen Match-Ups. Dort tippe ich sie aber eher in einem, ja, eher fußballerischen Kontext und ziehe halt relativ wenig Schlüssel über Kick-Base. Heute in der Bundesliga-Vorschau geht es dann wirklich ganz spezifisch über die einzelnen Match-Ups, über die einzelnen Spieler, wie ich aufstelle, auf welche Mannschaften ich setze und so weiter, damit ihr perfekt auf den 30. Spieltag vorbereitet seid. So, episches Intro ist an der Stelle erstmal vorbei. Ich zeige euch wie immer zuerst bei meinem Team. Ich nehme das Ganze hier am Donnerstagabend auf. Dementsprechend weiß ich noch nichts über Lucas Hernandez. Ich weiß noch nicht, wann die PK sein wird. Ich denke, die wird am Samstagmorgen sein. Da gibt es dann mehr Informationen. Eventuell kommt dafür ein Günther rein. Ich bin auch noch am überlegen, einen Choboslay aufzustellen, denn jetzt gerade spielt RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo. Und ja, Choboslay war nicht in der Startelf, sieht man auch nochmal hier. Von daher überlege ich da auch nochmal drauf einzugehen. Aber um mein Team soll es heute nicht gehen, denn es geht erstmal ganz konkret um die einzelnen Match-Ups dieses Spieltags. Schauen Sie sich hier nochmal einen Kick-Base an. Das ist ein bisschen schöner aufgelistet. Und erstmal natürlich habe ich am Donnerstag schon gesagt, ganz wichtig, ihr könnt von vier Spielen die Aufstellung einsehen. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Von Bochum, ich lese es jetzt nicht vor. Ihr seht die vier Spiele hier nochmal auf einen Blick. Da könnt ihr die Aufstellung einsehen. Ganz, ganz wichtig für letzte Finale, Eingriffe und so weiter. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal die einzelnen Match-Ups durch. Ich bin auch noch keine Championship-Aufstellung durchgegangen. Das werde ich morgen machen, beziehungsweise am Samstag, weil einfach so viel noch möglich ist. Mit den Aufstellungen gibt es heute keine Championship, aber ich werde zumindest mal alle Match-Ups besprechen. Wir fangen an mit Augsburg-Hertha. Das ist für mich direkt ein Match-Up, da würde ich all in gehen. Das ist wirklich ein tolles Match-Up, einfach auf der Augsburger Seite. Felix Mangas hat jetzt diese Woche auch nochmal eher dubiose Aussagen über Hertha getroffen, wo ich mir denke, das ist einfach für mich kein Trainer, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise Erfolg garantiert. Also da sehe ich jetzt auch in Augsburg, die sehr heimstark sind, ganz, ganz klar schwarz für die Herthaner. Deswegen vor allem bei den Augsburgern. Sehr interessant sehe ich jetzt mal die Abwehrkette. Ich denke, da würde es dicke, dicke Punkte geben, einfach durch den 2-0-Bonus. Gleichzeitig habe ich es auch schon in meinen Match-Ups gesagt. Die beiden Sechser würde ich auch noch mit reinnehmen. Die werden relativ viele Spielanteile haben. Wo es wirklich ein bisschen schwieriger werden kann, sage ich jetzt mal, sind eher so die Offensivpositionen. Also ich habe auch in Vargas 2 zu 1-2-Watch gekürt. Aber Hertha wird das dann einfach mit einem absolut krassen Low-Block verteidigen. Das sehen wir auch nochmal, wenn wir uns die Herthaner-Aufstellung angucken. Ja, also Offensiv wird es schwierig für die Augsburger. Aber ich würde mich mal zu... Es ist für mich der Banker, dass Augsburg zu Null spielen wird. Das heißt, da auf jeden Fall gerade die Abwehrleute sehr, sehr interessant. Das für das erste Match-Up. Mainz-Stuttgart finde ich die Stuttgarter Offensive sehr interessant. Vor allem Omama Musch und Tomasch. Ich habe es auch in der Preview ein bisschen erklärt. Stuttgart wird hier, wenn sie durchkommen wollen, mit Kontern oder schnellen Kombinationsspielen agieren müssen. Das heißt, sowas wie ein Sascha Kalajcic sehe ich eher als weniger interessant in diesem Match-Up. Sondern eher wirklich diese schnellen, quirligen Spieler. Führig kann man halt auch noch mit reinnehmen. Vielleicht auch in Oriel Mangala. Das sind für mich so die Spieler, die ganz klar rausstechen. Die vier kann man auf jeden Fall toll in diesem Match-Up aufstellen. Im Umkehrschluss, dadurch, dass ich denke, dass Kalajcic nicht performen wird, werden vor allem die Mainzer Abwehrspieler gute Punkte machen. Einfach, indem sie relativ viel rausköpfen. Insbesondere würde ich jetzt mal behaupten, nehmen wir mal Bell und Nia KT mit rein. Nemeth, lassen wir mal raus. Aber gerade Bell und Nia KT sollten in diesem Match-Up sehr, sehr tolle Punkte machen. Und sind dafür für mich auch klare Kaufempfehlungen. Genau. Freiburg-Bochum ist ein Spiel, wo ich komplett von wegbleiben würde. Man kann meiner Meinung nach ein bisschen darauf gameln, dass es 0-0 wird und beide Mannschaften wieder aufstellen. Offensiv würde ich von beiden Mannschaften prinzipiell wegbleiben. Da sehe ich jetzt keine guten Punkte. Ja, also wenn ich mich für Spieler entscheiden müsste, dann auch hier so ein bisschen die Freiburger Abwehrkette. Aber auch offensiv würde ich hier eher von wegbleiben. Bei Bochum kann man dann auch Richtung Sechser und Abwehrkette gehen. Ich würde aber tendenziell eher dazu raten, wenn überhaupt Freiburg-Defensivspieler aufzustellen. Ich stelle zwar auch einen Chico Höfler auf, weil der einfach eine Rohpunkte-Maschine ist. Aber auch der kann ich mir nicht vorstellen, abgesehen von potenziellen Team- und zu Nullpunkten, dass der hier gute Punkte machen würde. Es ist kein Spiel, auf das ich setzen würde. Wolfsburg-Dortmund habe ich auch schon ausführlich in der Preview erklärt. Also wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann ist natürlich klar, solltet ihr auf jeden Fall noch euch reinziehen. Hier ist für mich ganz, ganz klar All-in auf BVB. Ich denke, hier wird es die besten Punkte an dem Spieltag geben. Vielleicht noch sogar bessere Punkte als Bayern gegen Bielefeld. Das könnte so eine kleine steile These sein. Ich erwarte wirklich ein tolles Spiel von den Dortmundern. Ich glaube, die werden die Wolfsburger hier ordentlich in Grund und Asche spielen. Das heißt, Dortmund für mich so der Number-One-Pick für dieses Wochenende. Spielen zu Hause, ich erwarte da wirklich sehr, sehr gute Punkte. Da würde ich persönlich auf jeden Fall zuschlagen und hier wirklich alles aufstellen, was Rang und Namen hat. Und auch so zweite Reihespieler potenziell. Im Umkehrschluss natürlich bei den Wolfsburgern bleibe ich generell von weg und auch in dem Matchup. Ja, wenn man auf irgendetwas setzen möchte, dann kann man einfach auf die Offensivreihe setzen, weil Dortmund ja auch nicht die beste Defensive hat. Abwehrmäßig würde ich vom VfL auf jeden Fall wegbleiben. Generell bleibe ich aber generell vom VfL weg und gehe wirklich All-In auf den BVB. Dann komme ich zum Topspiel, glaube ich, genau. Gladbach gegen Köln. Hier kann man eigentlich auch fast alles aufstellen. Wenn möglich, würde ich eher von den Abwehrketten wegbleiben. Denn ich denke, das wird ein offensiv geführtes Spiel. Das heißt auch in Stevie Leina. Das ist jetzt für mich kein, den ich da wirklich aufstellen würde. Genauso wie die beiden Torhüter. Ben Sebaini kann man auch mit reinnehmen. Im Stindlhof, man ist mir zu unsicher. Deswegen würde ich mal sagen, hier so der Fünferblock. Da kann man auf jeden Fall toll drauf gehen. Die sollten auf der Gladbacher Seite gute Punkte machen. Bei Köln kann man prinzipiell eigentlich auch immer alles gut aufstellen. Ich würde vielleicht so ein bisschen von den 3-10er-Positionen eher wegbleiben. Also die 3 hier würde ich persönlich dann vielleicht sogar eher rauslassen. Ein Toni oder ein Kainz muss man eigentlich auch mit reinnehmen. Ja, sagen wir einfach mal, Kainz Modest kann man gut aufstellen. Skiri Öztürcher machen immer solide Punkte. Und auch die Abwehrkette wird, denke ich, ganz gute Punkte machen, weil sie recht viel zu tun haben werden. Das heißt, da kann man, glaube ich, relativ viel auf Köln gehen. Und auch in dem Matchup dann, wie gesagt, gut aufstellen. Bayern Bielefeld ist, ja, kurz erzählt, bleibt von den Bielefeldern weg. Ich erwarte zwar bessere Punkte vom BVB als von Bayern. Trotzdem werden die hier mit Wut im Bauch antreten und ein gutes Spiel machen. Von Bayern natürlich wie immer komplettes Team interessant. Dann kommen wir noch zu der kleinen Sonntagskonferenz. Erstmal Hoffenheim-Fürth. Auch hier, wenn ihr wirklich gutes Risiko eingehen wollt, was heißt Risiko, das ist auch kein wirkliches Risiko, dann Hoffenheimer Offensivabteilung. Denn hier werden meiner Meinung nach mindestens auf der Hoffenheimer Seite 2-3 Tore fallen. Von der Abwehrkette würde ich auch in dem Spiel wegbleiben, weil ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass sie gegen Fürth die Null halten. Ist jetzt kein Spiel, wo ich ganz klar gegen die Hoffenheimer Abwehrkette gehen würde, aber prinzipiell oder tendenziell würde ich davon wegbleiben. Wenn man bei Fürth auf Lückenfüller gehen muss, in Anführungszeichen, denke ich wie immer an vier Rehver, einen Christianzen, die einfach gute Rohpunkte machen. Auch ein Linde kann man in dem Spiel gut aufstellen, denn der wird einiges zu tun bekommen. Dann haben wir noch Union Frankfurt. Auch für mich ein Spiel, wo ich wegbleiben würde. Keine gute Punkteprognose von meiner Seite. Potenziell Avoni Becker kann man ganz gut aufstellen. Vielleicht noch ein Haraguchi, weil der auch so ein bisschen das verkörpert, was Frankfurt nicht verteidigen kann. Vom Rest würde ich bei Union auf jeden Fall wegbleiben. Und auf der Frankfurter Seite gilt für mich eigentlich fast genau dasselbe. Ich denke mal, die drei Offensivpositionen, wenn sie denn spielen. Ich habe jetzt gerade eben gar nicht geguckt, ob Kamada in der Startelf steht. Wir schauen mal gerade, weil das wäre für einen Heuge potenziell sehr wichtig. Wir haben Kamada in der Startelf. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Heuge wieder starten wird für Daichi Kamada. Ich denke, da kann man ganz gut drauf gehen. Also auch hier die drei Offensivpositionen kann man auf jeden Fall aufstellen. Kostic geht natürlich auch immer hin. Von den restlichen Positionen würde ich dann auch hier eher tendenziell wegbleiben. Und dann noch das letzte Spiel. Wir haben noch Leverkusen-Leipzig. Sehr interessant für viele Manager. Denn hier werden einige Spiele aufeinander clashen. Ich denke, viele von euch haben sowohl Leverkusen als auch Leipzig am Team. Tendenziell geht meine Tendenz natürlich zu Leipzig. Aber Leipzig jetzt geschwächt durch die Europa League. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Sie sind ja noch am Spielen. Kann ich mir vorstellen, dass es kräftemäßig schwierig wird für RB. Trotzdem gehe ich hier tendenziell Richtung RB. Was kann man gut aufstellen? Abwehrkette würde ich komplett von wegbleiben. Auch hier in Charles Arangis würde ich wegbleiben. Bei André tue ich mir sehr schwer. Kann ich ihn aber eigentlich nicht mit rausholen. Also sagen wir mal, hier gerade der Offensivbereich kann man auf jeden Fall mit reinnehmen. Radetzky wird viel auf die Kiste bekommen. Kann man ganz gut mit reinnehmen. Zumindest die vier Abwehrspieler und Arangis würde ich rauslassen. Alles andere kann man ganz gut aufstellen. Dann zuletzt noch auf der RBler Seite. Ja, erstmal, wer denke ich wird spielen? Ich denke, Halzenberg wird spielen. Henrich spielt Europa League. Das heißt, Mokiele wird meiner Meinung nach starten. Hier wird meiner Meinung nach ein Choboslai wieder starten. Und ein Forsberg. Einfach, wie gesagt, aus Rotationsgründen. Und hier kann ich mir auch vorstellen, dass ein Teil der Adams starten. Simakar in der Europa League. Das heißt, so sehe ich die RB-Aufstellung. Auf wie man immer gehen kann. Natürlich Orban Guardiol. Klar. Ansonsten weiß ich gar nicht so richtig, was man hier geil aufstellen könnte. Ich denke, das Offensiv-Trio kann man immer mit reinnehmen. Ansonsten würde ich vielleicht sogar von RB wegbleiben. Ich denke, das sind so die fünf Positionen, wo man auf jeden Fall drauf gehen kann. Alles andere würde ich dann vielleicht erstmal rauslassen. So, das waren alle Spiele. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen schönen Spieltag zu wünschen. Vielleicht habe ich es morgen noch zu streamen. Ich weiß noch nicht ganz genau. Ich versuche es vielleicht noch vor der Konferenz. Aber Kickbase streamt ja auch zeitgleich. Das heißt, weiß ich noch nicht, ob es so rentabel für mich ist. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf einen Stream hättet. So um 14.30 Uhr einfach ein bisschen die Aufstellungen durchgehen. Miteinander drüber schnacken. Wenn ihr Bock drauf habt, dann mach ich es. Schreibt es mir, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Das war es dann von mir heute. Wir sehen uns vielleicht morgen. Ansonsten Montag zum Bundesliga-Rückblick. Hau rein, bis dann, Freunde. Und tschau, tschau.